Wenn ihr euch gefragt habt, wie ihr beim Hochdürger schneller werdet könnt, bessere Sicherungstechnik habt, dann ist das Video heute das Richtige für euch. Hoi miteinander, schön, dass ihr wieder da seid. Wir reden heute über Sicherungstaktik. Sicherungstaktik ist ein Thema, nach dem ich jetzt wirklich ein paar Mal schon gefragt worden bin. Und zwar schauen wir uns an, wie man an welcher Stelle in welchem Gelände eigentlich sichert. Ihr habt mir überlegt, um das am besten zu machen, nehmen wir mal ein Beispiel, eine kleine Tour. Jemand denkt an Kosmikrad, weil da hat man relativ viel Abwechslung und im Prinzip schauen wir uns gemeinsam die Tour an und ich sage euch, warum ich an welcher Stelle wie gesichert habe. Vielleicht vorneweg der Hinweis, in diesem Video jetzt schauen wir uns an, warum man auf welche Art sichert. Ich würde aber nicht sorgen, wie die Sicherungstechniker im Einzelnen funktionieren. Und das ist etwas, das sollten euch wiederum wirklich vergeben und sorgen lassen, der es kann. Sicherungstechnik, gerade gar am kurzen Seil und sowas, massiert viele Fehler. Ist nicht etwas, wo ich empfehlen würde, dass man Learning by Doing macht. Dafür ist das einfach wirklich zu gefährlich. Ich möchte natürlich gleich mit euch erklären, mit dem Praktischer starten. Trotzdem vorneweg, ein bisschen Theorie. Jetzt für dieses Video würde ich Vorschläge mir unterscheiden vom Gelände her, das wir haben. Einfach mal zwischen drei bzw. vier unterschiedlichen Stufen. Wir unterscheiden zwischen G-Gelände, Ab-Rutsch-Gelände und Ab-Sturz-Gelände. Und dann vielleicht noch, wenn man die vierte Stufe dazu nehmen will, das klärt das Gelände. Wie unterscheidet man jetzt die drei Geländeformen? Ganz einfach, G-Gelände ist Gelände, auf dem ich im Prinzip gemütlich entlang spaziere. Ab-Rutsch-Gelände hat einfach von der Konsequenz her, wenn etwas passieren soll. Denn rutscht die Person zwar, sie ist aber immer noch mit dem Boden mehr oder weniger verbunden. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein nicht zu steiles Schneefeld, das ein bisschen steil ist, aber halt jetzt nicht 45, 50 Grad, sondern halt vielleicht 30 Grad. So wie eine schwarze Piste maximal. Und Ab-Sturz-Gelände ist ganz klar ein Gelände, wo, wenn man stürzt, sich im freien Fall befindet. Und da, man merkt schon, zwischen Ab-Sturz-Gelände und Kletter-Gelände, die Unterscheidung kann man machen, muss man nicht. Die Unterschiede sind fließend. Es ist an der Stelle auch klar, wenn ich irgendwo entlang spazieren kann, aber 20 Zentimeter nicht bei mir, weil ich auf dem Grat stand, geht 200 Meter ab, dann ist es vielleicht trotzdem nicht die Sicherungsmethode G-Gelände, die ich da einsetzen muss. Und das führt auch schon zu dem, warum die Geländeart relevant ist. Die Geländeart korrespondiert nämlich mit einer Sicherungstechnik, die ich auf ihre Einsätze kann. Von der Sicherungstechnik, wir haben da zwei Extreme. Auf der anderen Seite extrem schnelle Fahrtbewegung, aber nicht sehr sicher, freies Gehen oder gar ein kurzer Seil. Auf der anderen Seite sehr zeitaufwendig, aber dafür sehr sicher, sichern vom Stammplatz aus. Und in der Mitte haben wir dann natürlich sicherer von Insel zu Insel. Wir haben Mikroseillänge und alles, was noch dazu gehört. Als Ergänzung zu der Sicherungsart muss man natürlich auch beachten, wenn wir eine Spaltensturzgefahr haben, ganz klar die Sicherung dagegen. Das ist jetzt nicht Teil von den vier Sicherungsarten, weil man im Prinzip am langen Seil zämmert geht. Und dann natürlich auch noch die ganz klassische Sicherung über ein Sprungseil. Und da reden wir heute nicht drüber. Das ist minus achtens noch etwas speziell für Grathe oder sowas. Machen wir jetzt heute einfach mal nicht zum Thema. Ist auch wirklich eher besonderige Technik. Also, ich fasse den Theorie-Teil einfach nochmal ganz kurz zämmert. Wenn wir Gehgelände haben, können wir uns gemeinsam bewegen. Dann kommen wir an ein kurzer Seil. Wenn wir Abrutschgelände haben, dann sichern wir von Insel zu Insel. Wir bauen noch konstant, aber eine Person bewegt sich und holt dann die andere nach. Die andere Person bewegt sich dann wieder, holt die andere nach. Wir haben Mikroseillängen. Da habe ich auch noch nicht den kompletten Aufbau wie beim Klärterer mit allem drum und dran. Aber ich baue doch sowas wie einen Stand und sichere jemanden vom Stand aus nach. Und dann haben wir natürlich das klassische Kletterer, wenn wir im mehr als länger Kletterer drin sind, was wir auf Hochtouren eigentlich weniger benutzen. Oder, wie immer, der kleine Warnhinweis. Ich bin der Meinung, ihr seid alle gescheit genug, dass ihr mit den Infos, die ihr euch gebt, umgehen könnt. Ich denke, ich muss da jetzt nicht große Warndreiecke aufstellen. Trotzdem, sicherer ist wirklich ein heißer. Wie gesagt, gerade das kurze Seil. Und da einfach nochmal die Bitte, bevor irgendwas passiert, lassen sie euch einfach mal kurz zocken. Das ist meistens einfach gut investiert. Und dann, wenn man es euch mal zockt hat, schon das regelmäßig üben. Weil wie jede Fähigkeit, ja, geht es einfach so ein bisschen verloren, wenn man es lange nicht macht. Vorrufsetzer tue ich jetzt in deinem Video, dass ihr wissen, wie man das Seil am Körper aufnimmt. Dazu habe ich auch mal ein Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch unter in der Videobeschreibung. Ähm, die ganze andere Geschichte sichern mit Halbmastwurf und so weiter. Gange ich oder vor aus, dass ihr einfach wissen, wie das funktioniert. Wie gesagt, schon in der Videobeschreibung hinein. Ich packe euch da Links hinein zu deiner Tutorials, die ich zu deiner Themen gemacht habe. Und dann haben wir da auch den nötigen Background, das sollten wir dann noch nicht haben. Wir schauen uns heute eine Tour an. Das ist eine Tour, die ich sehr gerne gegangen habe. Das ist der Cosmic Grat in Chamonix. Im Prinzip fahren wir mit der Gondelbahn nach oben auf die Agüe de Midi. Von dort laufen wir ein Stück runter, das machen wir uns nachher auch schon. Dann über den Gletscher geht ihr gerade drüber wieder zurück zur Station. Ist keine große Geschichte. Wie gesagt, ist eine sehr, sehr schöne Tour. Habe ich auch mal wieder drüber gemacht. Und ich finde es eine sehr abwechslungsreiche Tour. Und darum habe ich sie ausgewählt, dass wir uns dort mal die ganze Taktik anschauen können. Als letztes Wort, bevor wir wirklich in die Tour einstiegen, einfach nur der Hiwies, was natürlich immer sehr hilft bei der Taktik und der Strategie ist, wenn man a die Tour entweder kennt oder b sich sehr, sehr gut vorbereitet. Wenn man einfach weiß, welche Abschnitte kommen jetzt und dann entsprechend der Seilaufbau schon so wählen kann. Das wäre dann auch zu sehen, wenn ich euch das gleich beschrieb, warum ich welchen Aufbau gewählt habe. Dass ich da einfach versucht habe, schon immer möglichst in Zukunft zu schauen, was jetzt als nächstes kommt. Da sind wir jetzt unsere erste Szene. Da oben ist die Station von der Agüe de Midi. Und im Endeffekt läuft man aus der Gondelbahn durch ein paar Tunnel durch und dann geht man schon direkt auf ein mehr oder weniger schmaler Gratwerk, läuft ab auf den Gletscher und fährt dann über den Gletscher weiter. Was habe ich jetzt sicherungsmäßig getan vom Seilhandling her? Ganz klar, oben an der Station zieht man sich die Stiegis an und ich habe dort einfach die Zeit genutzt, weil ich normalerweise, wenn ich vielleicht mit Schwächeren unterwegs bin, schneller bin, als ich mit Züge auch zum Ziehen, dass ich schon mal das Seil aufgenommen habe. Und wie ich gerade gesehen habe, ich weiß ja was kommt. Ich weiß, ich muss erst über den Grat runter und dann muss ich über den Gletscher herum. Das heißt, ich nehme das Seil in zwei Einheiten auf, in zwei Gruppen auf. Einmal habe ich es so abgebunden, dass ich die richtige Länge habe, zum über den Gletscher laufen. Und dann verkürze ich es und habe es dann nochmal abgebunden mit der richtigen Länge, die ich für das kurze Seil brauche. Und das erklärt schon, wie wir da gegangen sind. Minus achtens noch, ist das noch Gehgelände, auch wenn es links und rechts ein bisschen steiler runtergeht. Ist es aber trotzdem so, dass wenn jemand stürzt, dann rutscht er normalerweise und setzt sich auf den Hosenboden. Und dann geht es dort nicht weiter. Das heißt, meine Hauptaufgabe ist, dass ich eigentlich eher verhindere, dass jemand wegstürzt, dass er nach vorne stolpert und irgendwie einen Abflug macht. Und deswegen bin ich dort die Strecke am kurzen Seil gegangen. Ich bin dann also mit meinem Kumpel runtergekommen. Und ich sage jetzt bewusst mit einem Kumpel, mit einem Bergkamerad, weil wir nicht darüber reden, wie man jetzt große Gruppen sichert. Es ist eigentlich eher untypisch, dass eine Person, sage ich jetzt mal, amateurmäßig unterwegs ist und eine große Gruppe dabei hat. Das heißt, wir reden jetzt einfach mal bis zu maximal zwei Leute bei euch noch mit, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, wo ihr komplett für die Sicherung zuständig seid. Ich bin also am Arbeiten gekommen und ich habe gewusst, das geht gleich auf den Gletscher. Wenn ich jetzt eine Person habe und wir bleiben jetzt dabei, dann kann ich folgendes machen, dann muss ich gar nicht lange da bleiben, sondern ich kann im Prinzip der Person, die vor mir läuft, einfach sagen, hey, läuft weiter. Ich weiß, ich komme jetzt auf den Gletscher, die Person läuft weiter und währenddessen mache ich meinen nächsten Knoter auf, weil ich weiß, Abwunder ist als nächstes auf die Distanz, die ich brauche, um auf dem Gletscher unterwegs zu sein. Und ich habe dann im Prinzip meine Distanz und nehme währenddessen das Seil ab. Das heißt, ich nehme das Seil ab und entferne mich von der Person und legt sich die Gletscher wie in einem Halbkreis um sie rund um, damit ich dann vor ihrer weg bin. Müssen ihr natürlich ein bisschen schneller sein, ist für euch ein bisschen anstrengender, aber so könnt ihr den Stops vermieden, was euch natürlich wiederum schneller macht. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe in dem Fall den Torsten gesehen, hey, geh du einfach weiter, habe angefangen das Seil aufzumachen, bin um ihn rund umgelaufen und wir jetzt da sind dann einfach vorne weg. Während wir auf dem Gletscher unterwegs waren, habe ich schon wieder vorausgedenkt. Ich habe gewusst, okay, ich komme vom Gletscher runter, danach habe ich einen Platz, wo ich stehen kann, wo im Endeffekt auch ein wenig Wind geschützt ist, weil jetzt so ein kleines Hüttchen ist und danach sind wir auf dem Grat. Das heißt, ich habe keinen Spaltersturz gefahren mehr, sondern ich brauche mein Seil, und das habe ich einfach auch gewusst vom Verlauf der Tour her, brauche ich eigentlich für zwei Sachen, für das Gehen am kurzen Seil und für das sichere von Insel zu Insel. Das heißt, ich habe also kein richtiges Absturz-Gelände-Kett, sondern ich habe Geh-Gelände und gegebenenfalls Abrutsch-Gelände-Kett, das auf mich wartet bis zu meiner nächsten Station. Entsprechend habe ich das gemacht und das sehen wir da. Das ist dieses, ja sag ich jetzt mal, klassisches Geh-Gelände, wo ich aber Torsten am kurzen Seil habe. In dem Fall sieht man, ob ich, weil es aufwärts geht, wieder vorne weg gelaufen und ja, so bewegt man sich dann einfach vorwärts. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, wie man am kurzen Seil sichert, sondern eher, wenn man es machen kann. Man könnte das natürlich auch alles mit Mikroseil länger machen, aber dauert dann halt viel, viel länger. Was für mich bei dem Gelände ausschlaggebend war, ist, dass es kein Gelände ist, wo ich irgendwie auch nur ansatz, wie es meine Hände brauchen wird, um das durchzukommen. Das heißt, ich muss wirklich einfach nur laufen. Klar, ich stapfe ein bisschen, es ist Schnee, man muss trotzdem aufpassen, aber es ist wirklich eher einfach so ein bisschen so ein Backup und man könnte theoretisch jemanden da auch ohne Seil hochloh verlassen, ohne dass man sich zu viel Gedanken darüber machen müsste. Das war also für mich so eine klassische Stelle, wie ihr da seid oder gesehen habt, wo man am kurzen Seil laufen kann und das ändert sich jetzt auf dem Grat ein bisschen. Jetzt kommen wir nämlich in ein Stückchen hinein, wo man, das ist nicht schwierig zum Kletteren, aber es ist plattig, man muss sich auch mal mit der Hände festheben und das seht ihr da jetzt auch sehr schön. Ihr seht ihr da, es hat aber ein bisschen die Stelle, wo man auch mal mit dem Fuß hochtreten muss, wo man ein bisschen mit dem Stieg ist erklärt haben muss. Was man dort grundsätzlich machen könnte, ist, dass man einfach sieht, okay, ich bin quasi der Leiter der Seilschaft, ich bin vorne weg, ich hupfe da einfach schnell hoch, warte einfach auf die Person, lasse sie auch verstiegen und läuft dann auf dem Schneefelder einfach wieder zusammen am kurzen Seil weiter. Das wäre natürlich das Effektivste, haben wir jetzt in der Situation nicht gemacht, damit Tauschen mich filmen kann. Was für mich aber wieder an der Stelle auch ganz klassisch ist, es ist eine Stufe drin, ja, also mit dem Nachstiegen, ich meine in dem Fall was Tauschen, aber sonst wäre, könnte auch abrutschen und ein Stückchen irgendwie abfliegen, er geht aber nirgends rein. Also es ist jetzt nicht so, dass er, wenn er dort an der Stelle stürzt, dass er dann 300 Meter tiefer ist, weil dann hätte ich dort ganz anders gesichert, sondern das ist wirklich so eine Stelle, wo es einfach darum geht, ja, hey, wenn er ein kleines Gleichgewicht verliert und ich stand da, dann kann ich ihm einen Zug gehen und dann ist er über dem Fels auch schon drüber. Nix weiter. Da geht es nicht darum, dass er da fällt und hinter ihm geht es 30 Meter ab, sondern es ist einfach so ein, ja, meterhohes Felsle, das war's. Gut, dann schauen wir uns mal die nächste Stelle an. In dem Gelände sind wir jetzt auch wieder. Es ist immer noch nicht wirklich steil, sodass jemand irgendwo anfallen wird. Es ist aber ein bisschen plattig, es liegt überall Schnee drauf, darum habe ich mich dort entschlossen, dass ich vorne wegstieg. Jetzt haben sie auch, ich benutze da ein bisschen meine Hände. Und man kann diskutieren im unteren Teil, denke ich, könnte man relativ einfach sich anstellen und einfach jemanden im Stau nachholen, das wird reicher. Gegen den oberen Teil, da wird es ein bisschen steiler. Da ist dann schon wirklich die Frage, ob man nicht sieht, okay, ich lege jetzt irgendwo vielleicht eine Schlinge drüber und nehme jemanden über einen Karabiner mit einer Knicksicherung oder mit einem Halbmastwurf. Oder ich lege einfach Seil um einen Köpfel rundum und habe jemanden so auf Reibung gesichert. Weil, wie gesagt, oben da sieht man, es wird schon wieder ein bisschen steiler. Aber ihr seht, das ist da ein fließender Übergang, finde ich jetzt zum Beispiel vom Sicherer von Insel zu Insel, wo ich stehe kann und jemanden nachhole, wo ich vielleicht mal über den Körper sichere. Zu viel Licht muss ich mir überlegen, weil es dort so steil wird, dass jemand doch ein Stückchen fallen kann, dass ich da eine Mikroseillänge mache. Die Stelle habe ich ausgesucht, das war auch etwas, wo ich wieder gesichert habe von Insel zu Insel. Ihr seht, es ist wiederum plattig und da müssen wir ein bisschen schauen, wie ist euer Nachstieger drauf. Also ich sage jetzt mal, wenn ich dort mit dem Guang unterwegs bin, dann gehen wir da einfach auch ein Seil drüber und alles ist gut. Also dann ist das Eigenkönnen in dem Fall Sicherung genug. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel mit jemandem unterwegs seid, nehmen wir mal auch euer Freund. Ja, seid ihr jetzt euer Lebenspartner, Ehemann, wie auch immer, euer Freund. Ihr geht zum ersten Mal mit ihm irgendwo ins Hochgebirge und ihr sagt, Hey komm, wir leihen dir Stiegis aus und wir gehen auf der Kosmik gerade. Kann man ja machen. Ja, ist ja jetzt kein Drama, relativ sicher. Aber die Person wird sich vielleicht sehr unwohl fühlen, auf deren plattiger Glend. Und da müssen wir dann wirklich sagen, hey, boah, da ist das Künder vom Nachstieg so gering. Da habe ich eine Wahrscheinlichkeit, dass er fällt und vielleicht auch denn nicht weiß, was er machen soll. Dann mache ich vielleicht einfach lieber eine Mikroseillänge. Hau irgendwo einen Freund hinein, sicher einen Freund nach und bin den genauso schnell wieder. Also einfach nur für euch als Beispiel, dass es aber zwar aus Gelände ankommt und natürlich Sicherung mehr oder weniger auch objektive Faktoren hat. Ihr aber natürlich von der Risikoeinschätzung her, von dem wieviel Risiko ihr ihr gewinnt, einfach auch die Fähigkeiten von eurer ganzen Seilschaft betrachten müsst. Ich denke eh klar, wollt ihr aber einfach da nochmal als Beispiel zeigen. Die nächste Stelle, zu der wir in unserem Video kommen, sind die zwei Abseillängen auf dem Cosmic Grad. Und ich habe gewiss, dass die kommen, dass das meine nächste Station ist, wo ich groß was am Seil ändern muss, wegen dem Abseilen oder wegen dem Ablosser, je nachdem, wer ihr dabei habt. Und was ich dort gemacht habe, wir sind oben oben und oben ist ein sehr schön breites Plateau. Das sage ich glaube auch im Video. Und dort habe ich gesehen, wir können uns jetzt alle ausbinden. Weil ich brauche das Seil zum den Abseiler einrichten. Wenn ihr jetzt mit jemandem ganz Schwachen unterwegs wären, ja, dann würdet ihr euch überlegen, hey, mache ich jetzt vielleicht einen kleinen Sternlern, haue ich irgendwo eine Schlinge drüber und lasse ich die Person dort dann einhängen. Das war jetzt aber in dem Fall natürlich nicht nötig, weil ich ja immer noch vernünftige Bergstieger dabei habe. Ich bin einfach nur vorgegangen. Und ihr seht dann da auch, ich bin der Erste, der sich abseilt. Man kann da diskutieren, wie man es machen möchte. Wenn ich wieder jemanden ganz Schwachen dabei habe, dann würde ich den vielleicht eher ablassen und sage ihm dann einfach, hey, wenn du drunter bist, machst du nichts anderes, als die auf den Füttler hocken, auf den Hinteren hocken. Und ich komme dann nach. Jetzt in dem Fall war ganz klar, ich seile ab. Dann habe ich auch die Zeit, die Seile zum Richter und zum Adjustieren. Also sprich, einfach entkeulen und immer hinter mir abwerfen. Und die anderen kommen dann nach, weil die alle wissen, wie man sie abseilt. Und ich meine, wenn da jemanden dabei hat, der klein vernünftig unterwegs ist, dann müssen wir den auch nicht ablassen. Also da kommt der sich auch blöd vor. Aber das ist einfach so ein Ding. Ihr habt gewusst, das ist meine nächste große Station. Da muss ich das Seil aufmachen. Was ich jetzt auf dem Video nicht erzähle, darum erzähle ich euch das. Zwischen der Abseilstelle, zwischen der ersten Seillänge und dem, oder zwischen dem Ende der ersten Abseillänge und dem zweiten Stand, ist so wie eine kleine, eine Steuerbrücke, wo man drüber laufen muss. Es ist jetzt nicht super intensiv. Ich zeige jetzt mal, in dem super schmal ist es, es geht aber links und rechts schon ordentlich runter. Also wenn man dort runterfällt, hat man ein längeres Frühstücksproblem, weil man auf dem Gletscher landet. Und da hätten wir jetzt natürlich Verschiedenes machen können. Ich meine, ich habe gewusst, ich bruch das Seil jetzt gleich wieder. Und ich habe eigentlich das gemacht, was ich jetzt gerade vorhin mehr oder weniger angedeutet habe. Ich habe einen Knoter ins Seil gemacht und habe gesehen, hey, hängen die mit dem Karabiner kurz ein. Bin einfach über die Brücke vorgelaufen, zum nächsten Stand, habe den Karabiner hingekommen und gesagt, okay, komm mal zu mir um. Ich hätte natürlich auch sagen können, ich nehme jetzt das komplette Seil auf und laufe mit dem Sprungseil über die Brücke. Aber das aufnehmen und wieder abnehmen, das hätte mehr Zeit gekostet, als da jetzt einfach kurz umlaufen und dann wirklich von Stand aus eigentlich sichere. Obwohl Stand sichere in dem Sinne ja eigentlich die langsamere Methode ist, weil es in dem Zeitpunkt schneller, weil ich einfach nur umlaufen habe und jemanden nachhole. Plus, ich habe es dann natürlich auch schon direkt vom Setup her ordentlich, so dass ich das Seil abwerfen kann. Die Person kann sich einen Stand hängen und ich seile wieder ab. Und da sind dann jetzt die nächste Stelle, die nach dem Abseiler kam. Man kommt also unter an und hat dann eigentlich Gelände, wo man relativ gut laufen kann für 20, 30 Meter. Ich habe, naja, 10 Meter, sagen wir mal 10, 15 Meter. Ich habe aber gewusst, dass direkt der Gully danach kommt. Und das ist etwas, da habe ich gesagt, hey, boah, da will ich, wenn ich Oberdaner bin, auf jeden Fall, also ich habe gewusst, der Ober ist ein Köpfel, wo ich ja mein Seil rundum legen kann. Ich kenne den Kosmikrat mittlerweile wirklich fast auswendig. Und da wollte ich dann die Leute auch mehr oder weniger vernünftig sichern. Das heißt, ich habe wieder nicht gesehen, ich nehme mein Seil auf und laufe mit euch jetzt die 10 Meter, dann warten wir da und dann mache ich wieder mein gesamter Knäuel auf und laufe rauf. Dann habe ich gesehen, hey, ich habe 50 Meter Seil. Ich weiß, das reicht easy. Ihr warten jetzt einfach da, ich renne da kurz rauf und wenn das Seil straff kommt, dann kommen die nach. Und so habe ich das gemacht. Ich habe wieder im Prinzip einmal Umbau gespart, indem ich einfach weiß, wo die Route lang geht und auch voraus denke, dass natürlich der Gully kommt, wo ich das Seil aufmachen will, weil ich dort geschieht sichern möchte. Jetzt sind wir tatsächlich an der Schlüsselstelle angekommen. Die Schlüsselstelle ist nicht super schwer. Man startet eigentlich auch, wenn man unter dem Einstieg von der Schlüsselstelle startet, startet man relativ gut zwischen Felsen und Dinnen. Da kommt man nicht wirklich weiter. Man muss aber nach oben klettern und dann nach rechts weg vom Kletterer. Und wenn man dann nach rechts weg klettert, dann kann es da schon ein Stückchen gehen. Für mich war klar, ich stecke da natürlich vor und alles. Was ich aber auf jeden Fall in der Situation vom Sicherer her vermeiden wollte, ist, dass ich, sollte es mich runterhauen, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es mich runterhaut, ist so gering, dass ich eine Verletzung gegebenenfalls in Kauf nehme. Das heißt, ich habe einfach nur beim Einstieg, da gibt es einen schönen, großen Spalt, dort habe ich einen massiven Friend hineingekommen, habe dort auch das Seil durchgezogen, sodass im Zweifel, wenn ich abmarschiere, dass ich niemanden hinter mir herziehe, sondern dass einfach jemanden auch nicht zieht und dann ist gut. Kann man natürlich fragen, ob das jetzt super sicher ist, aber wie gesagt, ich bin das Ding in der Saison, glaube ich, allein nicht fünfmal gegangen und habe daher einfach die Stelle gekannt. Wenn man es sicherer machen wollte, hätte man dort natürlich auch so etwas wie ein Ständchen bauen können, oder so, dass man niemanden hinterher zieht. Wichtig für euch einfach nur als, ich sage jetzt mal, Person, die sich ums Sichere kümmert, ihr müsst denken, hey, was passiert in dem Fall, wenn euch was passieren sollt, aber auch wie können ihr jemanden nachholen. Weil zum Beispiel, wenn ihr jetzt nur diesen Friend hineingesteckt hättet, dann hättet ihr den Friend drin und dann geht das Seil da nach rechts weg. Die Person hinter mir muss aber eigentlich nach oben und dann nach rechts traversieren. Und für euch ist es natürlich schöner, wenn das Seil in eine direkte Linie geht, weil dann haben wir weniger Seilzug. Allerdings, damit ich der Person nach mir möglichst ein gutes Kletterer ermögliche, bin ich hochgegangen und ich weiß oben ist ein Bohrhauker, habe noch eine Ecke in dem Bohrhauker eingehängt, sodass im Prinzip das Seil für mich ums Eck läuft. Das heißt, ich muss beim Kletterer mehr ziehen. Die Person nach mir hat es aber einfacher beim Kletterer. Und was im Prinzip passiert, es ist ein langer Quergang. Quergänge sind immer Scheiße zum Absicheren, das ist so. Da können da, ja man kann mit sehr komplizierter Konstrukt was machen. Wenn euch das interessiert, wir haben das mal beim Kletterer im Plissino ausprobiert. Ich verlinke euch da auch das Video unten in der Videobeschreibung. Einfach nur, falls es euch mal interessiert, ist ganz am Ende. Und ja, aber im Endeffekt haben wir da halt einfach ein gewisses Risiko. Wir können das minimieren, indem wir immer wieder mal Friends platzieren, damit niemand so einen langen Schwinger macht beim Quergang, wenn er fällt. Aber Quergänge sind blöd zum Absicheren. Von der Taktik her habe ich schon gewusst, am Ende vor dem Ding kommt nochmal ein Stand. Der ist auch aus dem Grund, damit man Leute gut nachsichern kann. Und bis zu dem Stand bin ich gegangen und habe dann aber meinen Nachsteiger einfach ganz normal mit dem Halbmaschwurf vom Stand aus nachgeholt. Ich bin jetzt also bei dem Stand nach der Schlüsselstelle Acker und da spielt es wieder eine, man kennt die Tour. Ihr wisst, es kommt jetzt erstmal ein Stück zum Garten. Danach kommt aber ein langer Gulli, wo ich auf jeden Fall eigentlich Klettergelände habe und am oberen Ende auf einem Stand aus sicher. Sprich um die ganze Seilbrüche gehen. Das heißt, das was wir jetzt da sehen, wo ich durch ein Fels durchlaufe. Ich bin der Meinung, das hätte man mit dem Gang von Insel zu Insel oder mit dem gemeinsamen Gang am Seil durchaus machen können. Das hätte aber vorausgesetzt, dass ich das ganze Seil wieder aufnehme. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn die Leute da sind, dann können die nach der Schlüsselstelle kurz verschnuffen und ich renne schon los. Und wenn das Seil straff wird, dann kommen da einfach hinterher, habe ich einer gesehen. Und ich bin einfach vorgegangen, wie gesagt, die sind in der Sonne gestanden, da sind noch nicht auf der anderen Seite vom Fels in der Kälte gewesen. Sondern haben sie einfach noch ein bisschen genossen, die zwei, drei Minuten. Ich bin schon mal vor, habe dort auch mit zwei Friends einen kleinen Stand gebaut. Weil ihr wisst, ich muss gleich nach oben weg in der Gulli. Und da will ich die Seilschaft gesichert haben, weil dort geht es ordentlich runter. Das zeige ich euch gleich noch. Und ja, bin dann einfach mal vor und habe die Leute nachgeholt. Und wo die denn da gewesen sind, da sind dann da jetzt, wie anfangen die Gulli zu klettern. Und das ist jetzt einfach schon ein klein, ja, es ist natürlich keine schwere Kletterei. Es geht aber einfach runter. Also das ist jetzt wirklich etwas, wo ich sage, das ist Absturzgelände. Das ist nicht mehr ein Rutschgelände, wo ich noch irgendwie am Bruder bin, sondern ein Absturzgelände. Da geht es wirklich runter. Und da habe ich dann auch immer mal wieder mit einer Schlinge gesichert. Habe auch nach unten einen Stand gebaut, der sprich einen Zug auch nach oben aufhebt. Weil das ist auch noch einfach wichtig. Ich meine, ich kann viele Leute nachholen, wenn ich weiß, dass es den Vorsteiger nicht haut. Oder der Vorsteiger wahrscheinlich nicht haut. Reicht der Schlingle über dem Köpfel. Wenn ich mit der Gefahr rechnen muss, dass vielleicht der Vorsteiger doch fällt, dann kann ich meinen Stand natürlich nicht nach oben wegziehen. Das darf dann nicht passieren. Oder den muss ich dann anders bauen. Den muss ich dann ernsthafter bauen. Und ja, das war jetzt so eine Stelle. Wie gesagt, es geht dann durch den Gully hoch. Am oberen Ende vom Gully ist ein ganz normaler Bohrhockerstand. Karabiner hinein, Halbmastwurf, Leute nachholen und man ist im Endeffekt oben. Was da jetzt noch ganz kurz sagen, weil ich dann nicht mehr großartig gefilmt habe, ist, wir sind eigentlich auf dem Weg zurück zur Bahnstation. Am oberen Ende von diesem Gully sind wir eigentlich an der Bahnstation schon fast auch gekommen. Trotzdem kommt noch ein Stückchen, wo man umlaufen muss und es kommt der Lotter. Und bei der Lotter oder andersrum. Ich habe mir überlegt, okay, ich weiß, wenn ich da oben bin, dann muss ich das Seil eh aufnehmen. Also ich brauche irgendwie einen Seiltransport. Das heißt, ich habe mir das Seil so weit aufgenommen, dass ich mit der Person am kurzen Seil bis zur Lotter auch nicht laufen kann. Und dann aber genug Seil habe, dass ich die Lotter hochkletterte und die Person dann von oben im Prinzip sicher. Weil ich meine, es ist immer noch eine Leiter und ich kann oben über die Brüstung sichern. Aber dass ich die Person trotzdem stehend zumindest noch sichern kann. Und das war dann die Tour. Wie gesagt, ich habe sie für mich im Kopf, habe ich sie eigentlich in drei große Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt ist der Weg runter und der ist über den Gletscher bis man zum Grad ist. Dann der Weg bis zum ersten Abseiler, wo ich ganz viel kurzes Seil habe und von Insel zu Insel. Und dann nach dem Abseiler, wo der ganze Grad eher ernsthafter wird, wo ich mehr am langen Seil schaffen muss, wo ich auch mal Mikroseillänge oder richtige Seillänge zwischen inbauen muss. So habe ich mir das für mich strukturiert. Ich hoffe, das hat euch auch einen kleinen Einblick jetzt gegeben, wie ich die Entscheidung treffe, wie ich sicher. Ja, das war es somit von mir. Ich sage vielen Dank, dass ihr wieder dabei waren. Ich hoffe, es war informativ für euch. Ich hoffe, das hat euch irgendwie erklärt was gebraucht, um sich mal die Stelle anschauen. Und dann zu sagen, hey, deswegen habe ich dort so und so gehandelt. Offensichtlich habe ich die Stelle oder habe ich die Videos damals nicht gemacht, um dieses Video zu drehen, sondern es war einfach so ein bisschen, wo ich nebenher gefilmt habe, für das Cosmic Grad Video. Aber ich denke, wir haben uns trotzdem einiges anschauen können. Man hat ein Klick gesehen, wo es lang geht. Vielen Dank für das i-Schalter und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Machen alle die super Sache mit Abonnieren, Liken, wie auch immer. Wenn ihr mehr solche Videos findet, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin wirklich extrem dankbar für euer Feedback und ja, machen es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.